Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann gibt's wieder was im FSK-Bereich Dann musst du Iron fragen Iron, hast du was für FSK? Hä? Iron, Dufte hat gerade gefragt Ob es was Neues im FSK-Bereich gibt Dafür bist du zuständig FSK-18 Neue Bilder Bilderchen Diese sehr, sehr harmlosen Bilder So eine nette Tieresanfüllung da Ja, stimmt Das stimmt allerdings Episode spielen Ne, fortfahren müssen wir, glaub ich Jetzt, ja! Stopp, gib mir ja neue Bilder Ah, schön Ich guck's mir später an Wir fahren erstmal fort War und vor, du komm nie wieder Dann kann ja lustig werden, oder? Bei der letzten Episode Sind wir ja in Arcadia Bay vorbeigefahren In ein wild Wild world There were two wolf brothers Living in their home Living in their home With their papa wolf They all lived happily together But One day Hunters took their dad away Forever So now the brothers were alone So now the brothers were alone And they had to find a new home They started a journey Through the great big forest The wolf brothers wandered for days and nights Learning how to live on their own For the first time They slept in the backwoods Among creepy creatures And barely ate anything They eventually found a peaceful orchard And were able to eat in peace But they didn't know Hunters tried to tie them up But the wolf brothers managed to escape With the help of a friendly bear He showed them how to survive And helped them find a warm camp for the night That's when the big brother discovered That the little one Was not an ordinary wolf But a super wolf That's how they found themselves even further Headed to the far away land of their papa Where they hope To find peace Kannst du gern machen, Kiddy Kannst du gern machen Tut euch keinen Zwang an Ihr dürft euch da austoben Natürlich muss alles einfach Alles im normalen Raum bleiben Verzielt die Speicherdaten von Fantastischen Abenteuer von Captain Spirits Nein! Entschuldigung An unsere Großeltern What the frick 1. Dezember 2016 World Made National Forest Oregon Immer noch im Wald Ich darf nicht vergessen Screenshots zu machen No Screenshot Mushroom Mach das, Kitty Mach das, Kitty Hallo, Mushroom Try with this one That one's too easy Look Don't brag It was too heavy for you a few days ago Let's try to lift something else Not too heavy though I'm a little tired Yeah I'm so glad Daniel took this little girl with us Ehhh I'm a little tired I'm a little tired I'm a little And then I'm a little tired How about those cans? Can you fly them all together without dropping any? Sure Look Und das ist der. Stop trying to make fun of me. Just... ...one more time. Ich bin so close. Ich kann es. Wie geht es? Ich kann es mit den kleinen Rucks, aber nicht mit den großen Rucks. Du kannst das. Trust mir. Just relax. Focus. I'll try. Das klingt, als wenn der gerade auf dem Klo wäre zum Kacken. Du pressen. Du pressen. Hm, schuldigung. Du schuldigst. Du schuldigst. Du schuldigst. Du schuldigst. Du schuldigst. Du siehst, das Muschum? Das war das größte Wäste. Komm schon, Mann. Das ist nur der Beginn. Wir versuchen etwas anderes. Cool. Du bist wie Coach Aaron. Du bist mein Power Coach. Eine Snowball-Fight? Ich weiß nicht, wie wir die Gänse nach oben machen, aber wir waren uns froh. Das ist ein neues Exerciz, junger Apprentice. Siehst du, ob du das in der Luft stoppen kannst. Cool? Okay. Aber du besser mich nicht zuhören. Das war die Zeit, wo du mir eine Blut gegeben hast. Serious. Du darfst mich nicht zuhören, oder? Versuch es. Ich weiß nicht, Herr Schäu. Du kannst dich wiederholen. Schade. Das ist öfters. Das? Ich weiß, was ich tun kann, Sean. Ich weiß, was du wärst. Du bist gut. Aber du bist ein Schwereser. Mhm. That cough has been going on for days, Daniel. I really don't like that. I told you. I'm fine. We've just been outside for a while. Here we go. The helitanker is over the wildfire zone. Get ready for water at Stratch and Ranger Diaz. Lazy Ranger. I told you not to bust out your power whenever- Sean, the water's fucking cold. Uh, oops. Sorry. I said fucking. It's fine out here. There's no one to hear you curse. Say whatever the fuck you want. Cool. Oh, yeah. They're so beautiful. Where are you going, pup? I found that house was a miracle. But I'm afraid we can't stay here much longer. What? That's a car now. I went canoeing with Dad on the Wenatche River once. The water was freezing cold. We had so much fun. Hier muss ich jetzt mal ein bisschen mehr aufpassen, weil ich habe bei den letzten Malen immer einige Sachen vergessen. Ich würde gerne zumindest ein paar Errungenschaften noch kriegen. I miss dad's barbecues, his marinade with the axiote paste, jalapenos. Ehh, nein, ja. Oh, bin ich mal gespannt. Äh, wer mich mehr verstört. Merk, magst du da heilen? Wieso? Was ist los? Will ich's wissen? Ja, gut. Ich glaub, sie nehmen sich beide nicht viel, kann das sein. Aber was verstört dich denn da jetzt dran? Ja, ja, ich hab's schon gesehen. Ich hab's mir gerade mal angeguckt. Was verstört dich denn da dran? Okay, Hund will nicht. Alles. Ist doch voll normal. Welches du hast? Ich habe zu versuchen, zu machen besser trappen. Ich bin so tired. Tenor hat mir sliced wood mit den Locken mit seiner Kraft. Sehr gut. Es ist nicht so schlecht, dass das Wood ist rotten. Wir mussten noch ein bisschen mehr machen, um die Haus warm zu halten. Sean, what is wrong with my traps? I haven't caught anything. Wildlife One, Daniel Ciro. I guess. How old are these kids today? Runaway millennials. And part-time forest squatters at your service. Uh, Sean? The family that lived here... What kind of dog were you, Sandy? What do you think happened to them? A cool stray mutt like our little mushroom. They must have moved out. Maybe to another state. But they left all their stuff behind? I don't know, man. Maybe they live in Florida and only come here every ten years. Maybe they got tired of these woods. Well, I'm glad they left. This is our lair now. Vielleicht haben sich die Eltern noch getrennt. Einer hat die Kinder mitgenommen. Deswegen liegt das ganze Spielzeug noch hier. Oder ein Zombie-Massaker hat heimlich stattgefunden. Keine Auswahl. Angriff der Killer-Zumbies. Ich bin mir nicht sicher, ob solche Feinden dann wirklich für dich hassen und so weiter passen. Einfach mal auch so direkt am Bau. Mhm, Mushroom. Hallo, Mushroom. Tutter Häuschen. Da kann man ein Pugel einen Namen geben. Gartenstuhl. Ryan, also zu dem Bild, was du mir gerade geschickt hast, fällt mir nur eines ein. Du meinst, wogeist Torby. Torby. Da muss ich an den Käfer denken. Da ist kein Fluff drin, sondern Knete. Doch, da ist Fluff drin. Was ist das so an diesem süßen Öhrchen? Ist das der Hirn? Nein, kein Hirn. Nur Fluff und Knete. In dem Kopf geht einfach nur so eine richtige Fluffkugel durch den Kopf. Immer wieder im Kreis. Ja, aber selbst in Knete ist ja noch mehr drin als der Fluff. Knete ist ja so eine richtige Masse. Richtiges Bettvorkst. Was? Wie ist das vor Angst? Ja, gut. Wenn ich singe, kann man nur aufschauen. Fluff und Knete ist auch voll in Ordnung. Oh. Oh. Das hat noch nie den Kopf. Fluffige Knete. Nooo. Ist aber ganz schön unverantwortlich. Da können überall Glasen vorliegen, ne? Nicht gut für wunde Pfoten. Das hat noch nicht so gut. Das ist gut. Nein, ich bin okay. Es ist nur kalt. Du hast mich gewonnen heute. Level auf. Ich habe. Das war so cool. Es wird einfach jederzeit. Oh nein, Sean. Das ist eine Haunted Haus. Das war so cool. Es ist Zeit, um zu über die Regionen zu gehen. Ich habe es gesagt, um zu zeigen. Ich habe einfach... Whatever. Ich weiß die Regionen. Ich weiß die Regionen. Wir finden. Was ist der erste? Was ist der erste? Hinde deine Macht. Wenn du eine Pfanne in einer Zitze, was passiert? Die Leute fangen. Und wenn die Leute fangen, was sie machen? Die Leute fangen die Tops. Genau. Die zweite Regionen ist... ... 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 geblieben, wäre ja alles gut gewesen. Kann man ihn vorher sterben lassen? Ich meine, wenn es die Menden gibt, kann man ihn sterben lassen? Stark für ein Freund. Ich bin okay. Ja, aber man hat Probleme süß. Was tut der Hund auch? Können zwar auch die Katze sein, aber was tut der Hund da oben? Das Herrchen ist eigentlich noch nicht zu Hause. Das Herrchen kommt erst um 17 Uhr. Er schmeißt Party her, ich glaube auch. Ja, 17 Uhr. Weil sie piept halt ja auch nicht. Zusammen mit den Katzen. Nee. Nee. Die Phase, dass sie hinter Gizmo herrennt, ist vorbei. Also entweder sind es die Katzen, die Scheiße bauen, oder sie. Ist das 17 Uhr? Ja, aber um 17 Uhr macht er ja erst Feierabend. Nicht 17 Uhr kommt er nach Hause. Das heißt, rein theoretisch, in einer halben bis einen Stunde kommt er erst. Ah, ich weiß, was er macht. Es ist tatsächlich der Hund. Sie knabbert am Ohr. Sie knabbert am Schweineohr. Sie knabbert am Schweineohr. Das ist das, was er aber auch immer über meinem Kopf machen muss. Statt dass es da hinten im Schlafzimmer macht. Nein, die ist direkt bei mir. Sie denkt sich halt auch nur so. Ach ja, Mama kann das gebrauchen. Am Schweineohr. Ich hab doch gesagt Schweineohr. Sag mal. Was hörst du denn? Ich hab doch gesagt Schweineohr. Schweineohr. Den Katzen oink oink? Katzen machen nicht oink oink. Luna? Aus. Aber sie machen. Also wenn eine Katze plötzlich oink oink macht, ne? Dann frag ich mich, was das für eine Katze ist. Ich denk keine Katze, die oink oink macht. Schleichen. Aber nicht oink oink. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Zeig mir eine Katze, die das tut. Mit Geräusch bitte. Ich weiss. Hey Schroom. Ich weiss. Ich weiss noch, ob der Tag mit Dipsy Bait. Ja, warten wir bei Leo auch drauf. Vergebens. Papa, Mary und John. Okay. Daddy Hill. Hi Papa. Sag hallo zusammen, klein Mädchen in Miami. Ja, hier scheint die Sonne und es brennt. Ich liebe es. Tom kennt jeden und ich warte die ganze Zeit darauf, Scarface zu sehen. Wir bleiben in der Wahnsinnswohnung seines Freundes mit Sicht auf den Strand und Balkon. Ich komme mir so verwöhnt vor, doch ich weiß, dass John in einem Schloss in den Alpen ist. Also habe ich kein schlechtes Gewissen. Außerdem gefällt es mir hier sehr. Echt toll, das neue Jahrtausend auf diese Weise zu beginnen. Vermisse die Urlaube in unserer geheimen Hütte, aber nicht die Waschbären in meinem Zimmer. Hoffentlich kannst du uns bald besuchen. Lieber euch alle, Mary. Ja, das haben sie sich damals wahrscheinlich auch gesagt. Good to be cut off from everything. Yep, no more indoor training sessions. Hallo, Motel Room Soap. Hallo, Motel Room Soap. Und mach das. Mach das. Once you get used to squatting, it's not so bad. Huh. It feels weird to loot other people's clothes, but we need the warmth. Hey, I put some clean water in the bathroom so you can wash a little. Hol'n dich aus, Ryan. Will der für mich weiterspielen, dann gehe ich auch in Lurk. Will der für mich nicht auf das Haus? Das ist RANK. Sharing mit Daniel ist das Schmerz. Wir haben nie gefunden, die Schlüssel zu dieser Tür. Ich glaube, die Schlüssel ist cool. Okay, das haben wir. Ja, Daniel doesn't need to see this. Time to get warm. Und die fünfte wird nur wegen einer einzigen Sache gut. Stemper sagt der Polizei, dass die Brüder in die Wälder entkamen. Ja, ich hatte Angst. Sie wissen, wie verrückt Kinder heutzutage sind. Weiter auf Seite 5. Was für ein Arsch. Ich kann das für ihn nicht fühlen. Ich kann das für ein Arsch. Ich kann das für ein Arsch. Wenn sein Partner krank oder nicht verfügbar ist. Kindred widmet sein Leben der Unterstützung anderer besonders Kinder in gefährdeten Heimen, stellt er seine Zeit stets für die Wohlfahrt zur Verfügung. Es ist leicht, hinter einer Tastatur zu sitzen und zu urteilen und ihn anzugreifen. Doch genauso wie wir um andere trauern, trauen wir um einen Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. Ja gut, ist zwar das eine, aber er hat halt einfach geschossen, ne? Er hat halt einfach geschossen. Oh ja. Kein Internet. Und das ohne Grund. Das ist einfach ohne Grund geschossen. Sean, ich bin ein besserer Autor als Redner. Also schreibe ich dir, während du und Danny im Auto schlafen. Es tut mir leid, dass ich euch nicht weiter mitnehmen kann. Aber dafür gibt es einen guten Grund. So dysfunktional sie auch sein kann. Familie ist Familie. Als wir uns begegneten, war ich auf dem Weg nach Utah, wo meine Mutter derzeit ihren Kampf gegen den Krebs verliert. Ich muss dorthin. Du wirst ein paar Dollar in einem Rucksack finden. Das ist alles an Bargeld, was ich übrig habe. Aber du brauchst es mehr als ich. Dein Ziel ist gut und du musst deinem Instinkt folgen. Doch sei bitte vorsichtig und beschütze deinen Bruder um jeden Preis. Du wirst sehen, wenn du ihm die Wahrheit über Ziertel erzählst, dass ihr euch das Teilen desselben Schmerzes stärker werdet. Wenn ihr Mexiko erreicht, hättet euch bedeckt, bis ihr Leute trefft, auf die ihr euch wirklich verlassen könnt. Denkt, ihr seid in jedem Fall sicherer als Ziel. Ein toter Polizist ist mit der derzeitigen Lage kein guter Anfang für Verhandlungen. Ich wünschte, ich hätte euch beide unter besseren Umständen getroffen. Doch ich bin froh, dass ich euch nach Möglichkeiten helfen konnte. Passt auf euch auf. Brody. PS. Merde dich, wenn ihr sicher seid. A Trip Coward West. Ich bin immer online, solange ich nicht fahre. Es ist eine Weile her, dass ich einen Stift benutze habe. Ich hoffe, du kannst es hier entziffern. Hm. Grundstifte Radio. Wunderbar. Ja. Dann einmal Feuer anmachen. Das, die wir alles abgesucht haben. Es ist ein Ring of Fire, es ist ein Ring of Fire. Wir haben die Wahl zwischen Konservendose, Konservendose, Konservendose oder, ihr werdet es nicht glauben, aber die Konservendose. Und ich gehe davon aus, Ravioli, Ravioli, Ravioli und, oh mein Gott, Ravioli. Also, wollen wir die Ravioli nehmen, oder die Ravioli, oder wollen wir die Ravioli nehmen, oder, das ist mein persönlicher Favorit, die Ravioli. Das ist halt einfach. Ich frage mich, woher sie so viele Konservendosen haben, oder ob sie denn nicht vorher schon drin waren. Ich meine, unsere Einkommen, die wir bekommen haben. Also, ich mag Ravioli. Okay, dann, dann nehmen wir Ravioli. Ravioli? I'm sorry, here's your menu choices. Ravioli, or Ravioli. Nein, er hat das jetzt nicht auch gemacht. Ravioli, or Ravioli. Ich mag die wirklich perverse Leidenschaft. Ja. Ah. So, nun. So. Waldesofen. Äh. Ähm. Der ganz colden ist erstmal. Ich brauche irgendwas. Nur was brauche ich? Da ist der Topf. Nein, ich brauche den Topf. Okay, Luna. Darf mich nicht zu lange allein. Na gut, ich bin nicht allein, aber du weißt, was ich meine. Ich meine, deren Jagd klappte jetzt auch nicht so sonderlich gut, ne? Ich muss aber gleich einmal kurz noch mal was einstellen. Das kann ich jetzt noch mal schnell machen. Äh, das, 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 das. Ich darf übrigens noch mal an die Community-Herausforderung erinnern, dass ihr da auch schön fleißig eure Punkte reinpfeffert. Ich weiß gar nicht, wie viele gerade drin sind. Äh, ja, 47.000 Punkte sind mittlerweile drin. Also wer noch mit Büchern will, ne? Kann die es gerne tun. So. So. Woop. Muss aber nur laden. Okay. Und rein. Das ist für eine Herausforderung. Äh, die Community-Herausforderung. Der, ähm... Auf die Idee ist ja Ryan gekommen. Ähm, der 15-Stunden-Stream, in dem ich auf Ernst, ohne Witz auf Ernst, schöne kleine Pferdespielchen spielen muss und ich, ich, ich heule jetzt schon. Ich, ich bin privat schon nicht ernst geblieben dabei. Ich hab nämlich eins angezetzt, das war dieses Worte und, oh Gott. Daniels hat es wirklich hart, es wird wirklich hart für mich. Und er gibt's gar nicht. Loki, Dominik, danke, dass du 380 Punkte dazu gibst. Vielen, vielen lieben Dank. Äh, das wird eigentlich so ein Horror. Ich und Pferde spiele da. Es gibt zwei Stück. Zwei. Die ich gerne mag. Und die hab ich als Kind gespielt. Zwei. Aber, ja, nee, das sind so Sachen, ich werde da niemals ernst bleiben können. Und auch dir, du, Dankeschön. Nee, das war ich lieber weiter Eisen für den 24er. Ja, mach das. Tu das, tu das. Ich hab jetzt übrigens auch, oder ich, ich kann euch jetzt übrigens auch sagen, wann genau ich im Urlaub bin. Ich bin ja im August, äh, ne Woche weg. Ne Woche bin ich weg. Okay. Got it. Irgendwie ist ja gerade der Dosen-Ravioli. Ich weiß doch ehrlich gesagt nicht, woher dieser Reiz kommen könnte. Nicht? Hmm. Weiß ich auch nicht. Woher könnte die Lust auf Ravioli kommen? Dosen-Ravioli vor allem. Also ich kann euch, warte mal, das, äh, das, das, das du jetzt immer kurz raus. Wenn ich mit meiner Maus dahin komme. Nee, komme ich leider nicht. Okay. Und so. Äh, ich kann euch nämlich sagen, das ist Grüttel von Mama. Also es wird definitiv vom 11.8. bis 21.8. Keine Streams geben. Weil am 13. fahren war, am 20. kommen wir wieder. Und da ich vorher noch Wäsche waschen muss, alles vorbereiten muss, und so weiter und so fort, wird es halt definitiv kein Streams geben in der Zeit. Und in der Woche davor auch nicht. also nee, zumindest nicht besonders viele. Wobei, na doch, zwei Streams fallen wahrscheinlich aus, in der Woche davor. Und jetzt in zwei Wochen scheinen auch ein paar Tage aus. Weil wir noch auf zwei Festivals sind. Deswegen. Das war nicht komplett, weil wir ja den Hund haben. Und mit Hund ist das ein bisschen schlecht. Da haben wir keine Freizeit mehr. Aber egal. Ja, die guten von Mama. Ja, die sind natürlich, die müssen es sein. Aber ohne Witz, ich habe tatsächlich auch mal wieder Lust auf Ravioli. Ich habe mal wieder Bock auf, ähm, Tortellini. Oh ja, und das muss ich für das nächste Mal aufschreiben. Das Einkaufen. Unbedingt. Ich habe wieder Bock auf Tortellini. Beim Besten, mit so einer leckeren. Ich habe die seit Jahren nicht gegessen. Käse, Sahne, Soße. Geil. Das gab es früher ja immer mit diesen Schmetterlingsnudeln, diese Käse, Sahne, Soße. Gibt es aber heute nicht mehr. Weil die Soßen auch heutzutage nicht mehr mit drin sind. Ihr habt es heute noch. Duftel. Ich will auch. Also ich habe tatsächlich zu frohlos gesagt, weil ich habe heute nur ein Pfädchen Suppe gegessen, und das war eine halbe Stunde vorm Stream. Ähm, habe ich nur gesagt, es soll mir... Was hatte ich gesagt? Wiener und, ähm, wie heißt das hier nochmal? Ja? Rührei. Rührei heißen die Dinger. Machen. Das war Spaghetti Yela Diaz. Das stimmt, das ist eben gleich mal kurz aufs Klo. Ja. Plus, I love the garlic bread. Und dann nehme ich mir so, so, keine Sackgemüse. Oh, lecker, das ist so lecker. Äh, Tosalini-Auflauf ist auch mega. Oh ja. Oh ja, das stimmt. Wie geht's? Aber ja, hast recht, ist auch richtig lecker. Tosalini-Auflauf habe ich auch immer gern, gern gegessen. Soweit auch. Soweit auch. Soweit auch. Nur hungrig. Sorry. I'm cool. Hold on. I need to show you something. Ähm, okay. Mhm. Aber ich mache einmal eine ganz kurze, ganz kurze Picky, Picky, Pinky-Pause. Bin noch voll viel da. Du, keiner. Komm. Ja, wie Idol. Ich mache einen paycheck. Ja, demi. Bei dir. Bis zum nächsten Mal.